Das ist Magnus. Magnus ist Austauschstudent aus Stockholm. Vor vier Monaten kam er nach Wien, um ein semesterlange Forstwirtschaft an der Universität für Bodenkultur zu studieren. Magnus trinkt nicht, raucht nicht und sein ganzes bisheriges Leben verlief ziemlich unspektakulär. Naja, bis auf das eine Mal vielleicht, in der Magnus eine schwedische Kinderschown moderieren durfte. Magnus ahnt noch nicht, dass sich sein Leben heute schlagartig ändern wird. Und das, das ist Mercedes. Sie hat es schon weit gebracht in ihrem Leben. Mit 25 Jahren ist sie bereits Managerin in einem angesehenen Wiener Hotel. Gerade denkt sie daran, dass schon ein Jahr vergangen ist, seitdem sie auf Tobago den Schwertfisch gejagt hat. In diesem Moment ahnt Mercedes noch nicht, dass sich ihr Leben heute schlagartig verändern wird. Verste baut dich jetzt nicht. Musik Es dauerte drei Wochen, bis Magnus endlich an den Entschluss fasste. Musik 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 Musik